Diese Woche erwarten uns über 30 Grad. Gute Aussichten für Sonnenanbeter und für alle, die hochsommerliche Temperaturen lieben. In der kommenden Nacht zeigen sich anfangs noch ein paar Wolken, dann ist es meist sternenklar. Morgen gibt es viel Sonne, ab und zu ein paar Wolken, es sind aber keine Regenwolken. Heute Nacht 11 Grad im Waldeckerland, 18 Grad im Rheingau, morgen 26 bis 32 Grad, etwas kühler bleibt es im Bergland. Der Mittwoch bringt viel Sonnenschein und bis zu 35 Grad. Auch der Donnerstag wird sonnig, aber es kann auch ein paar Hitzegewitter geben, teilweise auch Unwetter, 25 bis 31 Grad. Und ähnlich sieht es dann auch am Freitag aus. Die Gewitter bringen etwas Abkühlung, es bleibt aber sommerlich warm.